Hallo, da sind wir wieder. Ich habe ja gesagt, wir sind fertig, Finale, alles gut. Endcontent ist nicht wirklich meins, habe ich lange versucht, auch mit Gilde, war ich jetzt nicht mehr aktiv, muss den Jungs und Mädels noch Bescheid sagen, dass ich neue Pläne habe, aber trotz allem, das Update ist raus, ich habe es mir noch nicht angeschaut, ich habe gleich gestartet und mal geguckt, aber ja, da gibt es auch teuer, hier, eine Collectors Edition, die brauchen wir aber nicht. Dann nehmen wir die Anmeldebelohnungen, diesmal ohne Kiste, weil auch mein Abo habe ich gekündigt, weil es kam nichts Neues und da wollte ich nicht. Es ist ein geiles Spiel, aber naja, irgendwann ist die Story zu Ende und jetzt geht sie weiter. Machen wir. Erstmal, bevor wir irgendwas großartiges machen, schicken wir noch mal unsere beiden Lieblings, ich kann ja auch nur zwei los. Es sind immer die gleichen, weil die will ich leveln. So, der Schöne der Zeit, ja, der Schöne der Zeit. So, zack. Und haben wir noch was, wo wir die Dings kriegen? Da, hier, kriegen wir da, müssen wir was zahlen? Nein, machen wir das. Okay, hopp, super. Wie lange dauert es? Sieben Stunden und eine Stunde, denn die Daten dürfen wir heute wieder schicken. Sieben Stunden werde ich jetzt nicht spielen, ich muss nachher noch arbeiten. So, okay. Ich habe eben Laying Down in the Lightlight, also verborgen, eben irgendwas abgegeben. Das habe ich gestern noch gemacht, ja. Das hier ist der Eingang der neuen Dämmerung. Komm ich aber nicht rein, weil ich muss erst mal die SMS lesen. Ja. Ich mache es kurz. Ich habe Infos über jemanden, den Sie wollen. Mhm. Wir treffen uns auf dem Flughafen in Kingsmouth. Kommen Sie rasch allein, sonst bin ich schneller weg als ein Traum. Machen wir. So, zum städtischen Flughafen in Kingsmouth gehen. Wir gehen tatsächlich, weil dieses Rumgespringe. Aha, da, ne. Da kommt der zweite Teil. Es ist also ein zwoteiliges. Oder sie bauen da noch eins hin. Das Ding hier ist ja auch neu. So. Also, äh... Okay, von der Gilde ist keiner online. Das ist auch wieder deutlich. Leider, leider, leider. Achso, ja, genau. Kingsmouth. Kingsmouth. Kingsmouth ist hier? Ne, das ist Südafrika. Tokio. Kingsmouth. Juhu! Ja, also ein bisschen vermisst habe ich es definitiv. Ja, ich habe jetzt schon so seit sieben, acht Tagen keine Dailies mehr gemacht. Sag, wow. Ich habe meine E-Sigarette gar nicht befüllt, oder? Habe ich doch. Habe ich. Ist ein bisschen was drin. Gut. Im Gegensatz zu Metro kann ich das hier wenigstens. Nicht gut, aber ich kann es. Lö, lö, lö. So. Und jetzt, oh Gott, es ist weit. Aber ist egal. Wir müssen laufen. Einfach mal durch. Naja, gut. Was wir machen können. Oh, warte mal. Warte mal. Ich muss ja... Haha. Ich habe ja ein Bild, äh, drauf. Äh, das geht gar nicht. Äh, erst mal. So. Äh, 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 äh. Wo haben wir es denn hier? So wie ihr es kennt. Ich habe jetzt eine ganze Zeit lang also, äh, äh, dingsbums only gespielt. Ja, dingsbums, ne? Ihr wisst, dingsbums only. Das heißt also, ich muss hier die, äh, äh, die Feiermann nochmal da rein tun. In die vier. Und die passende passive ist, äh, äh, ja, welche? Kristallisierte. Ja, 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 ja. Das da. Müssen wir statt dem da. Oder? Ja, ich glaube schon. So. Und dann können wir ja auch wieder. Na gut, dass da bleibt. Ja. Wir müssen ja ein paar Zombielinchens wegmachen für die Dailies. Oh, neue Kiste. Äh, und ich kann sie nicht aufmachen. Das ist kacke. Äh, vielleicht werden wir nachher uns ein bisschen Augen kaufen, weil Moffs, mal, ähm, oder wie heißen, haben wir ja genug. Hm. Heieiei, ist das lange her, hm? Ich mach nur grad die 30 weg. Das war's dann schon. Ja. Äh, äh, das mit dem, ähm, das mit dem, ähm, teleportieren war natürlich schneller. Aber, na, das kostet ja hier, ding, das Splitter. Davon haben wir ja nur 600.000. Davon haben wir doch nur 600.000. Äh, äh, dam, dam, dam. Bin kein Stammkunde mehr. Nein, nein. So, die Person suchen. Das machen wir. Wo ist sie denn? Können ja nicht viele sein, ne? Das müsste eigentlich hier unser liebster Bärenjäger sein. Nein. Oh, Roshi? Oh, Katzin? Mach ich das noch? Hallo? Haha, geht doch. Hallo? Oh. Hey, long time no see, Hiro. Oh, oh, nee. Woah! Woah! Hear me out, Hiro. Fink, you got all the time in the world to turn me into that greasy, gorgeous Hiroshima shadow on the wall with your flashbang voodoo. After you weigh my words on their own fucking merit, okay? Ja, Frank. All right. I lied. I've seen you recently, Hiro. On the TV. A lot of unwanted attention, am I right? Good time for a vacay, eh? Time sharing. You, me, on that plane. No questions asked. Do that, and I give you Philip Marcotte. I know, I know! Be a fool to trust me. But, but Philip fucking Marcotte. What would your bosses say, if you let that opportunity slip? Ha, 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 ha. All right. You and me, I know the secret ways to give the stinky pinky to this quarantine. Stinky pinky. Stinky pinky. Welcome if you got them. Gonna be a long flight. Okay. Okay. Ich glaube, ich kann mich auch nicht sonderlich wehren. Aber, das Intro ist schon mal gut. Na? Das ist echt neuer Stuff. Mhm. Gut. Warum ich jetzt mit dem... Ja. Ja. Dadurch wird Ihre aktuelle Action oder Sabotage ein bisschen passiert. Ich hab keine. Hm. Hm. Das ist schön. Ah. Wie in den guten alten Filmen. Ich blende mich mal wieder ein. Uh. Hm. Warte mal. Bis da. Oh. Ne. Ne. Alles klar. Das sieht wirklich so aus. Achso, ich hätte es ja da sehen können. Ne. Mit meinem Greenscreen ist alles super. Hm. Tududum. Ja, ja. Sorry, what? New Jerusalem. Stop right there! Whoa! Wow! Wow! Amigo! This is the new recruit. Paperwork's all turned in. Above board. Morning lights. Äh, 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 Soldaten. Dingens. Äh, Sölter. That's it. The big man's house. Between you and that are three levels. New recruit's start here at the first level. Foundling. Shitty accommodations. Shitty chores. But you gotta start somewhere, right? Earn your keep. And you get to the next level. Anointed. Right over there. Better digs. Easier work. Telecommunications mostly. Hello, sir or madam. Can I talk to you about the morning light? Hm. Wieso ruckelt das? Wieso ruckelt das? Das ist doch der Arsch mit dem Schwert, oder? Do your tasks. Earn your way to anointed. I'll meet you there. Meantime, no signal here. Far side of Pluto. No phone home. Comprende? Okay. This dude here will show you the ropes. Hi. Name's Riley. First day, yeah? Nervous? Don't worry. Piece of piss. That's your palace there. On your bed you find your electronic ID. And you begin as well. Ah. Housing? Nein, oder? Come to me. Piece of piss. You strike me as a beast gun. Yeah? Hu! Entschuldigung. Boah. Nee. Bei mir war's ne heiße. Asiaki. Ja. Bracelet. Five ball. Make sure to read the perfume bit, yeah? Hu! Oh. Super Katzin. Gott sei Dank. Okay. Was soll ich machen? Ach ja. So. Oh. Gott Hilfe. Diese Allergie. Und ich weiß nicht mehr wogegen. Oh. Oh. Loa. Erstmal schauen. He. Mmh. Oh, ha. Okay. Das ist neu. Okay. Gut, danke. Zu den Feldern gehen. Tagesanbruch, Ende der Ausgangssperre und Frühstück, Feldarbeit. Gehen wir mal zu den Feldern, aber vorher schnappen wir uns noch. Ja. Aha, gut. Töhnchen. Ah, hier, ja. Da ist es doch schon. Das erste. Oh, die Nase. Alter Schrede. Ich weiß ja auch nicht. Na ja. So, okay. Wir gehen zu den Feldern. Lalalalalala. Ich spiele wieder Secret World Legends. Es macht ein bisschen Spaß. Genau. Schnee in der Wüste. To be the change, you have to beat the change. Oh. Bauernwerkzeug aufladen. Aufheben. Und jetzt muss ich, ne? Das Tor ist jetzt aber, ne? Oder? Oh, ich freue mich. Das Tolle ist, ich kann das ja alles herbeizaubern. Ja. Okay. Ich verstehe. Hey. Hey. Ja. Achso. Und weiter geht's. Wachsenden Mais pflegen. Okay. Das ist hier. Jawohl. Pfleg. 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 Wasser. Ach, jetzt wird es ein bisschen rät, Liga. Wo haben wir Wasser? Na? Na? Wo ist denn das Wasser? Pestizid? So, dann gehen wir wieder an den Anfang. Wasser. Nein. 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 Aha. Okay. Und doch mal, was macht der? Shading, ne? Ja, wo ist Pestizid? Und wo ist Wasser? Nochmal gucken. Mhm. Meine Nase macht mich gerade völlig wahnsinnig. Äh, was haben wir hier? Aha. Ah. Null. Pff. Sorry. Aha. Okay, es wird wohl Rätsel, Liga. Mhm. Oh, scheiße. Okay. Ja. Mhm. Also automatisch. Gut. Jetzt ist die Frage. Na, können wir vielleicht jetzt schon mal es ernten? Ja. Es geht. Eins. Zwei. Ohohoho. Ja, ja. To be the change, you've got to be the change. Habe ich schon? Habe ich schon gesagt. Okay. Ja, ja. Ah, die sind schon tot. Gut. Nice, Mumfer. Klar, wie sollen sie auch sonst heißen, ne? Fünf. Mhm. Mhm. Sechs. Sieben. Ach ja, ist gut. Mhm. Ach ja. Acht. Mhm. Mhm. Na, wo ist er denn? Na, wo ist denn da der letzte Mais? Der Mais ist gekommen. Ihr wollt mich doch verarschen. Achso, nee, es war fertig. Okay, gut, Entschuldigung. So, und jetzt müssen wir nochmal gucken. Ach, das ist es ja. Hier, zack, cool. Ich bin doof. Okay. Was hat der? Vier. Entschuldigung, ich habe es nicht gesehen. Ich habe alles da. Vier. Na, dann haben wir es doch gleich, oder? Und nochmal vier. Okay. Ernte in einen Erntekorb legen. Den haben wir schon gesehen. Da ist einer. Ach, der ist es aber nicht. Gut. Wo ist er? Der ist voll. Das muss ja ein ganz spezieller sein. Ist ja klar. Na. Hi, und? Nehmen wir deinen, ne? Komm, ich mach dir. Ne. Ich mach dir dein Körbchen voll. Ja, na, voll Erdekopf finden, hab ich so. Hier, unrechtmäßig erworbene Ernte zu dem LKW bringen. LKW. Wie unrechtmäßig. Hallo? Das auch noch. Ja, hallo? 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 Was ist das? Das sollte ich schaffen. Gut, das war geschafft. Da ist er. Hi. Okay, wie ist das eklig? Danke. Gehen wir zum Pavillon. Das ist da unten, aber vorher gehen wir da oben noch. Äh, ja gut, ne? Das gehen wir nicht holen. Gut. Das kommt als letztes. Uh, 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 uh. Gefällt mir das? Ah, ja. So, okay. Was haben wir hier? Lesen wir auch mal. Ah, ah, ah. Behold, a stranger comes in from the darkness The darkness? ... and to be a stranger no longer but one beneath the morning light. Uh-huh. Anna does er. Yeah. So. Na, die machen schon viel Storys, ja. So, so. We must hold them up to the morning light. And who among you knows, who this stranger is? Ich weiß es. A stranger is pride. We all feel it. We all allow it to spring among us. Funktioniert. To inflate our sense of who we are. The light of the morning burns away our pride. Seared and naked, we are nothing before the light which suckers us and makes a banquet in our minds. Mm-hmm. For those of you foundlings, we took the liberty of installing our new Make Space Meditation app on your smart devices. Spend 15 minutes, three times a day, performing the exercises contained on the app to earn additional credit towards the anointed rank. And remember the revelation of Markad. We are all made of stars. Happy Rebirthday. Bleh. Äh. Die Fresse untersuchen. Nein, die Fresken. Happy Rebirthday. Mm-hmm. Hey. Welche Fresken? Ah, hier. To walk among the chosen and feast upon a banquet of light. Der mischt sich unter die Außerwelten und glaubt sich ein Banquet des Lichts. Also, angemessen Respekt für den Fröskenzeiten. Was nehmen wir denn? Müssen wir beten, oder? Be the change you want to see. Beten was nicht. Warte. Ähm. Moment. Ich kann ja gar nicht so jetzt. Nein. Beten was nicht. Ich möchte, äh, predigen. Verbeugen. Was gibt's denn? Verehren. Bögen. 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 Applaudieren? Wo ist denn verbeugen? Warte mal, ich muss mal ganz kurz weggehen, weil warum, äh, hallo? Aha, so, nochmal. Mhm, zack. Dann verbeugen. Nein. Das, ich bin, Morgster. Das, ich bin, Morgster. Klatschen? Applaudieren? Ja, genau. So, schauen wir doch mal. Ja, blickt auf, ein Fremder kommt aus der Dunkelheit. Winken. Windmühle? Winken. Nein. Äh, 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 äh. Behold, a stranger comes in from the darkness to walk among the chosen and feast upon a banquet of light and to be a stranger no longer, but one beneath the morning light. Klatschen, küssen, Punkte machen? Was? Achso, mhm. Voll aggro, winken, Regentanz, Stadionwelle, Windmühle. Mhm. Okay, schauen wir mal hier. Beten? Nein. Moonwalk. Links schauen, rechts schauen. Regen. Nein. Schlafen, spucken, rufenen, trinken, Boden verehren. Stranger, no longer. Nein. Pfeife rauchen nehmen wir auch nicht. Ja, tanzen ist ganz falsch, aber hier, guck mal. Augen bedecken. Das ist gut, sehr schön. So. Und das ist der dritte und da haben wir gar keine Hilfe. Ah, nee, das ist gar keine Hilfe. Das ist, den haben wir, den haben wir, der fehlt. So. Und danach können wir gleich eine neue Folge machen. Was ist das jetzt? Das heißt, auf das er kein Fremder mehr sein möge, sondern ein Kind von Morning Light. Okay, ich würde sagen, dann beten wir mal. Na, das ist hier. Beten. Beten. Danke schön. Das war nicht viel. Das schwarze Brett, das hatten wir schon. Nochmal. Juhu. Die Overalls nehmen, die Flugblätter nehmen, die Aufstiegsarmbänder nehmen. Und was wir damit machen, na? Sehen wir in der nächsten Folge. Der Anfang ging ja ganz gut, ne? Ich habe natürlich auch keine Hilfe, also gut. Gleich geht's weiter. What up? Oh. Das war nicht.